Hallo Leute, ich bin's wieder, Hans von Ritaro, Let's Plays. Wir haben eben das Habchennest auseinander genommen, das Auge von dem verrückten Mann genommen, Ricardo ist nicht wieder, äh, ist diese Folge nicht dabei. Uuuuund... Ja. Bald Bob Barbas. Der stand doch eben Way Out. Repeat. Hä? Wo das ist Leben? Hier war ich doch eben. Ah. Aber ich schon steh auf. Ist auch nicht. Langsam nicht durcheinander. Okay, jetzt war ich aber überall mal. Doch, das sieht gut aus. Da geht's schon geradeaus. Weiter, schön bequem, angenehm. Wie das immer so ist, manchmal im Leben. Ah, Verbesserung. Ich bin noch, ich bin wieder einen Punkt. Einfach mehr Schaden für meine Axt. Das sieht gut aus. Ach komm schon, die Dämonen-Scherben werden langsam langweilig. Akzeptiere den Status. Akzeptiere den Status. Folge deiner Regierung, ohne sie zu hinterfragen. Hahaha. Oh, fuck, Güter. Oh, fuck. Morgen. Ah. Oh. 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 Nein, zu dem und zips. Ja, Mann. Beat it, beat it. Regado sitzt gerade hinter mir und hört das noch so ein bisschen. Wow. Diese verfickten Güterbiester. Schlauschig. Schlauschig? Ja. Ja, Mann. Es wäre scheißegal, wie ich abgehe. Die sind dabei, mich umzubringen. Wie würdest du denn bitte abgehen? Äh, Neustart. Du bist ja langweilig. Ach, fuck. So, hat sich das auch erledigt mit dem. Tch. Tch. Nice. Ah. Oh. Seele. Meine Güte, wie viel finde ich denn bitte in diesem Level? Normalerweise finde ich in diesem Level irgendwie gar nichts beim ersten Spieldurchlauf. Es ist schon die dritte Seele oder so. Habe ich einen Schlüssel? Habe ich schon? Uh, 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 uh. Tyrann. Und zwei hässliche Biester. Oh, und das. Oh, da steht man in die Ecke. Oh, Ricardo, Mann, was machst du denn da? Was redest du? Naja. Also, Ricardo, muss ich mir eben sagen, dass er weiß, wo meine Filme stehen. Und hat einmal ein Mikrofon rumgedreht. Oder umgestellt, oder ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich diesen Tyrannen mit einer Stilwertung von immerhin S besiegt. Und, oh. Rester. Sie selbst. Ein Auge. Du hast es. Hast du es? Ich kann sehen. Ich kann sehen. Tante. Du kennst mich? Nein. Ich kannte deinen Vater, Sparda. Du siehst ihn ähnlich. Sparda war ein Dämon. Ich sehe ihn nicht ähnlich. Nein. Natürlich. Du bist ein Nephilim. Auch das sehe ich. Was bist du? Tineas. Gelehrter. Erfinder-Prophet. Dämon. Und bis du kamst, auch Gefangener von Mundus. Ich danke dir. Es war kein Gefallen. Du hast gesagt, du bringst mich zum Turm. Natürlich, mein Freund. Natürlich. Hier entlang. So. In dem Fall. Noll. In dem Fall sehen wir uns nächste Folge, Leute. Und. Auf bald. Tschüss.